Die Berliner Straßenberlinie M5, sie verbindet die Lüneburger Straße mit Hohenschönhausen-Zingsterstraße. In dieser Dokumentation möchte ich euch diese Linie mit seiner Geschichte vorstellen. Viel Spaß! Beginnen wir mit der Geschichte. In den 70er Jahren wurde die Linie 5 vom Hackischen Markt nach Hohenschönhausen-Zingsterstraße eröffnet und 2004 wurde die Linie 5 in die Linie M5 umbenannt. Und 2015 wurde die M5 vom Hackischen Markt zur Lüneburger Straße über der Oranienburger Straße und dem Hauptbahnhof verlängert. Heute verbindet die M5 die Lüneburger Straße über dem Hauptbahnhof, dem Hackischen Markt und Alexanderplatz mit der Hohenschönhausen-Zingsterstraße. Beginnen wir in Hohenschönhausen-Zingsterstraße. Hier startet bzw. endet unsere M5. Zudem startet bzw. endet ebenfalls hier noch die Straßenberlinie M4. Zudem startet bzw. endet ebenfalls hier noch die Straßenberlinie M4. Nun fahren wir mit unserer M5 in Richtung Hauptbahnhof los. Zudem startet bzw. endet unsere M5 in Richtung nach. Wenn die Schönen-Zingsterstraße immer wieder mit einer M5-K обычно auf dem Programmieren-Zingsterstraße im Norden-Zingsterstraße beden und nachdem Projekt nach wie immer mit einer M5 in Richtung spine im N5-K Olsen-Zingsterstraße. Zudem startet wurde die Drogen-Zingsterstraße und endet diese Analyze, der sind die Kpl. Nun erreichen wir die Haltestelle Preua Platz. Hier hält eben unsere Straßenbahnlinie M5, auch die Straßenbahnlinie M4 sowie die Straßenbahnlinie M17. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier halten die Straßenbahnlinien M5, M6 und M8. Zudem haben wir eine Umstände Möglichkeit zu den S-Bahnlinien S41, S42, S8 und S85. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fern head Nun erreichen wir den S-U-Bahnhof Alexanderplatz. Hier halten die Straßenbahn hier M2. Zudem halten wir auch die S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9, sowie die U-Bahnlinien 2, 5 und 8. Schrauben und das Schrauben, die mit einer Schrauben sind. Schrauben und das Schrauben werden mit einer Schrauben geöffnet. Ich bin der sich in der Schrauben und in der Schrauben geflogen. Musik Hier halten die S-Bahn liegen, S3, S5, S7 und S9. Zudem halten hier die Straßenbahn liegen, M4, M5 und M6. Sowie M1. Musik S-Bahn vor Hallenburger Straße. Nun erreichen wir den S-Bahnhof Oranienburger Straße. Hier haben wir Umstellmöglichkeiten zu den S-Bahn liegen, S1, S2, S25 und S26. Musik Zudem halten hier noch die Straßenbahn liegen, M1 und M5. Musik U-Bahnhof Oranienburger Tor Nun erreichen wir den U-Bahnhof Oranienburger Tor. Hier haben wir Umstellmöglichkeiten zur U-Bahn-Linie 6. Musik Zudem haben wir Umstellmöglichkeiten zum Straßenbahn M1 und M12. Nun erreichen wir den U-Bahnhof Naturkundemuseum. Hier haben wir ebenfalls Umstellmöglichkeiten zur U-Bahn-Linie 6. Musik Sowie zur Straßenbahn Linge 12. Sowie zur Straßenbahn Linge M10 und M8. Musik Kommen die M8. M8. Musik leness Kommen die M8. Schnellmöglichkeiten Kommen die M8. Musik Kommen die M8. nun erreichen wir den berliner hauptbahn mit fernzügen kann man von hier aus nach hamburg münchen frankfurt stuttgart oder ins ruhrgebiet reisen und mit regional zu kann man hier aus nach machteburg brandenburg frankfurt kottbus wismar schwerin dessau wünsdorf waldstadt falkenberg elsterwerder stralsund oder auch nach rostock reisen zudem halten hier noch die straßenbahn liegen m5 m8 m 10 zudem haben wir hier auch noch umsteigemöglichkeiten zu den s-bahnlinien s3 s5 s7 und s9 zudem haben wir noch umsteigemöglichkeit zu u-bahnlinien s5 s vorbei ist die doku aber noch nicht denn die m5 fährt noch immer weiter bis zur lüneburger straße so Nun erreichen wir die Lüneburger Straße. Hier endet die Straßenmenge M5, M8 und M10. Damit bin ich aber jetzt am Ende dieser Dokumentation angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt diese Dokumentation gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.